. Patricia Blanco, 47, sie will unbedingt schwanger werden. Das Leben von Patricia Blanco, 47, ist geprägt von vielen Höhen und Tiefen. In den letzten Jahren veränderte sie sich vor allem optisch, nahm über 40 Kilogramm ab und ließ sich anschließend in einem Ob-Marathon-General überholen. . Inzwischen ist sie rundum zufrieden mit sich und vor allem mit ihrem Aussehen – nur eine Sache fehlt ihr noch zum großen Glück, ein Baby. Bei Promis ungeschminkt mit Jürgen Milski, 54, der seine Interviewpartner überraschend mitten in der Nacht besucht und die Frage-Antwort-Stunde im Bett abhält, öffnet ihr Herz. . Sie erzählt der Bichbrot der Ikone von ihrer größten Sehnsucht, ich wünsche mir Kinder, wenn nötig auch über eine künstliche Befruchtung. Denn aktuell hat keinen Partner, ein Kind rückt somit auf diesem Weg in weite Ferne. . Auch das Alter wird wohl eine Rolle spielen, immerhin ist die Tochter von Rotoblanco, 80, bereits 47 Jahre alt, würde sich somit schon längst im Bereich einer Risikoschwangerschaft bewegen. . Ob sich das TV-Gesicht zeitnah wirklich für eine künstliche Befruchtung entscheidet? Diese und weitere Geheimnisse des Reality-Stars seht ihr am Freitag um 18 bei RTL-Explosiv. . 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 Bis zum nächsten Mal.